Schätzte Frau Kuhn-Wandler, hier kommen wir jetzt zum letzten Programmpunkt von der Weltan, das ist die Präsentation der Nachtzuchtgruppe. Hier möchte ich das Bild von der Weltladung, das ist Herr Kuhn-Wandler, das ist die Bildung von Sitzgenetik, das ich hier vorstelle. Die Weltan, das ist die Präsentation der Nachtzuchtgruppe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.